So, liebe Freunde des Gepflegt Motorsports, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Matthias fährt Fahrgäste. Jawohl. Das Schöne an dieser Story ist, dass kein Mensch weiß, wer sie abholt. Also das ist schon mal die erste Überraschung. Und die zweite Überraschung ist, dass ich eigentlich in meinem Fahrerprofil ein Fiat Multipler hinterlegt habe mit glaube ich 75 PS und ich komme die Fahrgäste abholen mit einem BMW M5 mit 600 PS und wir werden noch auf die Rennstrecke gehen. Also, die Fahrgäste, denen wird es schwindelig und der Matze kriegt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Und bitte. Wir haben ihn fast rausgebrochen. Ja. Gehst du das, der Auto? Ja, doch schon. Jetzt sind wir ausgebrochen. Zählen wir ruhig, was du willst. Vielen. Jetzt weiß ich, wie meine Mutter vorgekommen ist, als ich meinen Führerschein fertig hatte. Ich finde es wahnsinnig, wie still du bist. Was ist mit dir los? Ja, ich bin voll. Ich bin immer so im Verkehrssphase. Das ist halt auch total so schnell, dann auch so eine Bremsung hinzulegen. Über die Kette. Und der Kopf. Oh, Junge! Einmal andersrum? Äh, ja. Auch sehr magenvoll in der Dauer. Also, findest du das cool gerade? Hast du das schon mal gemacht? Nee, noch nie. Also, was sagst du? Das ist mal ne... So viel kommt da jetzt gar nicht mehr raus von mir. Wieso? Was ist los? Eiferspiegel. Du hast ja komplett Schweiß auf der Stirn. Was ist los? Wir haben 21 Grad Klimaanlage. Ja, mir ist ein bisschen warm. Ha, 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 ha. Ich muss dann doch gleich mal dem Kollegen hier zeigen. Siehst du die Stirn? Ha, 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 ha. So, das war jetzt so mit das Schönste, was man mit so einem 600 PS BMW und den dazugehörigen Reifen machen kann. War das schön? Das war wunderschön. Das war unfassbar schön. Absolut. Also, wenn uns keiner rauszerrt, dann bleiben wir einfach hier drinsitzen, oder? Dann machen wir so weiter, oder? Ja. Also, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Check. Hure Freude steht ihm ins Gesicht geschrieben. Also, halb, sag ich mal so. Er freut sich, aber er hat auch Bock auszusteigen. Beides gleichzeitig. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Absolut. Vielen Dank fürs Zugucken. Und hier kommen nochmal die besten Bilder. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.